statisch puls der muss da jetzt ein redstone puls geben oder was ist denn jetzt falsch hier entschuldigung mal die noch mal aus aber normalerweise muss der redstone an sein jetzt passiert ok es klingelt super die geräusche brauchen wir nicht das freut mich dankeschön so aber warum funktioniert denn das hier nicht das muss doch funktionieren jetzt passiert irgendwas ja mal gucken ob das auch weiterhin funktioniert glückliche einstellung und 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 kommt noch mal was oder wartet gerade nur glück warum ging es jetzt einmal und jetzt wieder nicht die uhr ist kaputt wir brauchen wieder gold zurück wart mal bis der zeige auf zwölf war aber normalerweise sollte er öfter laufen da passiert nichts warum nicht warum hat es einmal funktioniert und dann wieder nicht ich weiß doch dass du funktionierst aber was mache ich hier falsch ich habe da jetzt nicht weiter geändert das muss doch funktionieren so jetzt geht es wieder mal sehen ich hoffe wir macht jetzt auch weiterhin so die uhr will mich doch verarschen hier oder noch mal kurz gucken bis auf zwölf ist aber irgendwie müsste schon längst was rauskommen hier dann wurde es um na 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 klingt jetzt auf eins mache das ist gar nichts wenn wir durch drei machen passiert auch nächstes also zwei scheint das schon ganz okay zu sein so warum funktioniert die uhr nicht nochmal komplett so im grunde bräuchten puls und redstone so zwei und eins komm jetzt gibt es mir denke mal der war auch statisch deswegen hat das nur einmal gemacht jetzt funktioniert das passt man warum funktionieren das nicht normal voll das war ich habe die uhr schon so oft gehabt ich weiß dass sie funktioniert aber sie tut es nicht was steht in der küche und ist ein geheimnis keine ahnung was ist das die uhr funktioniert nicht die scheiße ist kaputt tauscht die um machen wir jetzt mit der uhr kennt jemand zufällig die einstellung ein top secret jetzt läuft es ich war zu hektisch war doch mal gleich noch mal gucken noch mal abwarten du musst ins betten gerade hat das wieder automatisch gemacht da kommt funktioniert jetzt noch einmal einmal für mich kommen wir haben nacht weil ich bleib nicht bei nacht draußen komm nach hin nach hin nach hin nach hin nach hin muss ins bett wobei ich hier wieder in die luft gejagt werde es funktioniert aber sehr langsam das ging schon mal schneller schlafen so jetzt will ich das noch mal ganz genau sehen dass das auch wirklich funktioniert so der brutzelt da noch stell mal hier hin ich fasse nichts an aber da musst du doch viel öfter machen wir haben doch viel öfter das redstone signal oder dass das einfach immer tschüss gamer soweit ich das habe ich dazu machen hat er dann öfter ein signal irgendwie auch nicht war aber es funktioniert das ist die hauptsache so dann ruhig mal die scheiben noch von unten können wir die nämlich proben schon mal einsetzen habe ich zufällig den schüssel hier ich wollte mal gucken die konnte man ja konnte man die schüsseln oder waren es die anderen die konnte man nicht schüsseln weil hier wollte ich ja so eine industrieglas scheiben drin haben da bringen mir denn sozusagen diese scheiben auch wieder nichts drückt laufen zweimal taste habe ich doch oder zweimal so hier oben haben wir alle scheiben drinnen sehr schön denn fehlt ja noch unten hallo luca alpha mei was meinst du denn auch was ist denn jetzt los hier alpha kevin anwalt hashtag hallo ihr alle schön dass er mal vorbeischaut was ist da ja morgen olaf kevin delphi oder detlef war das war detlef hi alle gut dass ihr alle das gleiche schreibt sonst könnte ich das gar nicht alles lesen oh 34 leute das ist jetzt meine topzahl danke dass ihr vorbeischaut man ja danke alpha kevin für deinen support und danke dass ihr alle vorbeischaut freut mich 59 leute krass so viele leute hatte ich noch nie hier zumindest nicht im livestream 64 zu danke alpha kevin beim stream hat man ja immer spaß und ich denke du auch war auf jeden fall danke an alle die da sind bei mir 64 jetzt 63 das ist 72 alter ja kann ich nur danke sagen weiß ich gar nicht was ich jetzt machen soll war hier gerade mit einer uhr beschäftigt und eigentlich wollte ich jetzt so evil was innen aufnehmen eigentlich ist der stream vorbei gewesen kling klingen dankeschön 69 ich sehe 69 ich sehe jetzt auch 69 die gamer zocken ich bleibe bleib gerne da was hat er zerlegt und wir jetzt youtube raiden ja ich weiß gar nicht was ich jetzt sagen soll danke schön dass ihr alle da seid vor allem bei minecraft vor allem bei minecraft bei mir 71 also ich sehe noch 69 aber bei mir schaltet sich das ja immer ein bisschen später um sachen gibt es ja das sind wirklich sachen die ich noch nicht erlebt habe dass ich jetzt hier so 73 steht bei mir gerade Alter ihr seid verrückt ja halt keine ahnung wie ich mich nennen soll schön dass du auch da bist 75 also mein rekord habt ihr alle gesprengt danke war froh wo ich mal 15 leute hatte hier habt ihr 60 getoppt er wollte extra ein minecraft youtuber raiden ahja dann ist ja gut dass ich heute noch youtube gespielt habe alpha army 77 80 sagt jemand das sehe ich noch nicht bei mir steht noch 77 76 83 83 86 man die kommen schon langsam durcheinander hier jetzt sehe ich auf jeden fall die 82 einfach nur raiden genau ja ihr seid echt verrückt auf jeden fall wirklich danke dass ihr alle mal vorbeigeschaut habt freue ich mich wirklich 86 sehe ich gerade mann das kommt schon auf die 100 du das